This is not a default scale Und wo werde ich abgeknallt werden? Äh... Ich hab's die Frage Das ist so lang Idiot Nee 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 nee, no na Das ist Dino, der auf einmal Gaming-Chall hat Ja, Dino... So ausgepackt irgendwie So ein dickes Ding Hau an! Oh, das ist ein Youtube-Flip Äh, Bild Schicksauflösung Ding in der Form von der Net Oha Eine Belk, eine für B Jaja, die Net sind sehr stark Wow Oh 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 Wow, wie ihr ihm aufs Gesicht gehen? Oh, what the fuck, wie du ruhig Das kommt dann hier, Alter? Keiner Short Nee, komm rein Da ist der Kondrin Was ist das? Da geht's mir statt Kondrin näher ran Wird er mich felsen? Er wird mich felsen Ja, der ist ein Sniper Aber er hat doch halbhing Ist auf Seite Den Mark ist die Frage Ich glaube nicht Ich glaube nicht Er hat nicht geschossen Naja, sind die auch back? Da sind doch so backgamern hier Ja Wunderback, save auch noch, hit Cheater best, low Kannst ein bisschen noch was Ein nice hit Jetzt hat geblattet Okay, save glitch der hier im Chat Ja, ist am Auto Ist ja dunkel, Mann Thanks Dann stell die Helligkeit hoch Hä? Du hast ne Helligkeit, die du im Spiel einstellen kannst Ich spiele ja auf Standard, keine Ahnung Ja, dann bist du auf 50